Hallo, das Dusselchen hier. Okay, wo waren wir Lesbos Stinkebi? Wo waren wir durcheinander? Ähm, ah ja genau, wir wollten die ganzen Deppen hier von der Gerudo-Kriegerin befreien. Ach, ich hab Glückspräger vor mir liegen. Ist das nicht toll? Okay. Ja, ähm, ja, du bist Mikro, Entschuldigung. Ähm, ja! Okay, mal schauen, wo wir hin müssen. Okay, da definitiv mal nicht, also... Oh, das ist eine Gerudo-Kriegerin, dann würde ich mal sagen. Wir gehen da nicht zu nah ran. Können wir überhaupt da hinten hin? Wollen wir jetzt mal gucken, was da ist? Äh. Äh, 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 einfach da weg, einfach da, Schuss drauf! Äh, ich... Okay. Ein Stockwerk höher. Hier. Lang hier rein, hier, ich hab keine Ahnung. Äh, okay. Also, ab hier erinnere ich mich an wirklich, auch wirklich kaum noch was Story-mäßig, was passiert. Generell, weil... Oh, da ist wieder dieser... Da wird der Eisner wieder eingesperrt, ne? Also, ich erinnere mich ab hier auch kaum noch Story-mäßig an alles, was passiert, weil... Ja, sowas hab ich fast nie gespielt. Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber blablabla, du musst ganz hier mutig sein. Ja, es ist mir egal. Ja, es ist mir egal. Ja, wir wissen es. Ja. Ich weiß, pass auf. Ich weiß. Ich krieg die nicht an, wie sie... Ich krieg sie nicht an, wie sie... Okay, jetzt aber. Sterb! Nein, 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 oh mein. So, okay, hab's geschafft. Ich hab immer Angst, dass, wenn die, wenn die einen doof erwischen, dann darf man wieder ganz von vorne hinrennen und... Das ist dann so langweilig und langjährig und whatever. Komm, raus, Kleiner. Ja, du kannst gehen. Guck mal hier. Das ist wirklich nett von dir, Kleiner. Klein. 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 Klein! Okay, Entschuldigung. Ähm, ja, ähm... Ja! Auf mich zuzulauern. Ich mag so lange Dialoge nicht, die man auswendig kennen kann, weil sie einfach nur doof sind, weil, weil jeder das gleiche... Ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe es zumindest. Okay, Leute, ich weiß, ich bin gerade so derbst langweilig. Das ist mir aber wein. Wir gehen weiter, weiter durch die Welt. Wir kommen von da, also gehen wir jetzt da hin. Ich nehme einfach an, dass wir jetzt da hingehen. Ich weiß es nicht. Ich... oh mein. Muss ich da rüberspringen? Oh mein. Nein! Wieso nicht? Wieso geht das nicht? Ach Gott. Scheiße. Dammit, miss, kack, bullshit, dreck. Bums. Oh, was geht das? Oh Gott, du bist so dumm! Gott sei Dank, ey! Das geht doch schneller, wenn ich hier hingehe, oder? Äh, ich... Ich... Ich verliere total den Überblick. Ich erinnere mich, ja, das ist... Das ging schneller. Gut. Okay, bloß super gemacht, kriegst den Keks. Okay, dann ging es hier hoch. Rein da. Okay. Den hatten wir gerade befreit. Ja, okay. Äh, ich hasse diesen Teil. Weil ich einfach zu blöd bin und mich immer erwischen lasse. Okay. Was mich jetzt interessieren würde, ist... Hier kann man hochklettern. Was ist dann hier? Also... Ja, ähm... Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo ich hin will. Ich weiß nicht, was ich machen will. Ich weiß nicht, ich bin Baum. Ist hier... Oh, oh, das ist gut, das ist gut. Ja, komm her. Ich komm zu dir. Reden. Ja, ähm... Er sagt, es ist das gleiche wie die ganzen anderen. Und ich kann es... Tut mir leid, ich kann es wirklich nicht wegbrennen. Ja. Ja, die sind irgendwo eingesperrt. Ja, ist doch toll. Ja, ich befreie euch. Okay, ähm... Okay. Hat die mir gerade überhaupt keinen... Schaden gem... Was? Nein! Hallo. Ach man, du Fotzer. Dummer. Lass mich in Ruhe wachen. Dummer. Blöder. Kuh. Sleep. Sleep. Nein. Oh manu, ich hasse es. Doofes Spiel. Speed doof doof. Hau hau tutu. Nein, ähm... Ach Gott. Ich bin zu blöd. Für den Mist. Wirklich zu blöd. Also es liegt nicht daran, dass das zu schwer ist. Ich bin einfach nur zu blöd. Aber gut. Weil schwer ist das definitiv mal nicht. Soll das nicht, wo ich jetzt das Bigoronschwert habe, wohlgemerkt? Wir laufen und laufen und es macht so einen Spaß. Wir laufen und laufen und es macht so einen Spaß. Oh, das war das Falsche. Hm, stimmt ja. Wir mussten hier runter. Runter! Yay! Okay. Ich hoffe, der Typ labert uns jetzt nicht mit demselben Kackmus zu, weil das wäre langweilig. Ich, keine Ahnung. Ich bin so perplex. Ich bin so baumig. Ah ne, okay. Ich dachte, jetzt labert mich der Typ nochmal zu. Aber ich, der labert mich gar nicht. Oh, 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 oh. Geh weg. Danke. Danke. Nein. Steh auf, Link. Steh auf. Steh auf, steh auf. Nein. Link. Du, Link. Link, du machst das ganz falsch. Link, du gehst da jetzt. Danke. Nein. Link. Danke. Wie doof habe ich mich gerade angestellt? Hallo? 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 Hallo, lo, 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 lo. Ach ja, komm, ich muss wieder reden, stimmt ja. Danke, Junge, du bist super. Ich bin George, der Zimmermann. Hast du unseren Chef gesehen? Er hat vielleicht Angst um uns. Ich muss bevor zu ihm. Einer von uns ist noch gefangen. Aber woher weißt du das eigentlich? Du bist nur die ganze Zeit hier in der scheiß Zelle und hast keine Ahnung, wo die anderen sitzen. Aber bist du blöd? Ach komm, Lohi war noch nie eure Stärke, ja? Ach, egal. Ich will mir jetzt Herzchen, wenn da welche drin sein sollten. Bitte. Ja, eins reicht mir. Ich bin ja auch nicht zum Sterben verwundet. Ich bin nur ein bisschen verwundet. Ach ja, auf geht's zum nächsten. Wir fangen zum Zimmermann. Oh. Oh, das ist... Ach, der macht mir auch was? Hm. Okay, ähm... Hä, was? Was? Okay, ähm, wo ist der letzte? Wo ist der letzte? Können wir das mal... ...einer verraten? So eine arg große Sichtwelt habt ihr auch nicht, ne? Äh, wird das geht? Äh, ich... Ja, Dussel, schmuckel ich einfach mal drin vor... Oh mein Gott. War ich da schon drin? So wird das nichts, Dussel, so wird das nichts. So wird das... Nein! 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 Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Das ist doof. Das ist richtig doof. Äh, genau, hier ging's nur... Okay, ich weiß, wo's hier ging. Wohl. Ich will nochmal da rein, bitte. Ich... Ja, ich hab mich heute nicht entscheidend. Entschuldigung. Ähm. Hm. Nein, hier ist keine weitere Tür noch. Nein. Okay, wieder raus. Ja, Link! Mach eine Kiste kaputt! Roll dich dagegen! Sowas kannst du wenigstens. Ich... Oh Mann. Ich hacke immer so auf unserem armen kleinen Link rum. Pfff! Ja, Link! Lauf ihn am besten auch noch in die Arme! Super Idee! Echt! Ich kenn keine bessere. Ach, Gott. Ich hab keine Ahnung, wo es weitergeht. Und das ist ziemlich doof. Ziemlich, ziemlich doof. Okay. Ich kann wieder hier hochklettern. Ich kletter wieder da hoch. So, Leute. Ich kletter nochmal hier hoch und guck nach. Und ich... Ich will sagen, wenn ich da oben bin, sag ich genau jetzt. Bis gleich!